Ah, okay, den brauche ich, aber ich glaube, den schiebe ich lieber vor mir her. Sicher ist sicher. Jetzt bin ich schon lange nicht mehr gestorben. So, jetzt schauen wir erstmal hier hoch, was wir hier... Okay, also oben geht's auf jeden Fall... Ich sehe oben Stacheln, das ist gar nicht gut. Auf jeden Fall hier... Rund... Ja. Gehst du runter? Nein! Blub, blub, blub. Äh, hab ich gerade... Ja, ich hab die Kiste vergessen. Okay, ja. Also in der Regel einmal sterben und dann ungefähr kapiere ich, was ich machen muss. So ungefähr. Ach, ja. Ich hab einfach gedacht, mein Gott, wenn das Wasser hochgeht, dann kann man ja einfach Leiter hochklettern und gut ist. Aber anscheinend nicht. Ach, warte mal, das heißt ja... Das war jetzt nämlich doof, weil ich... Fuck. Weil ich nämlich die... Ja, das war jetzt blöd. Kann ich gar nicht so gut sterben. Weil ich die Kiste brauche, dass ich sie ganz nach links schieben kann. Und dann wiederum ganz oben auf die Leiter kommen. Ja, ich korrigiere mich. Zweimal sterben, dann weiß man... Irgendwie, wie es weitergeht. Aber Trial and Error. So, das heißt, ich muss... So platzieren, weil dann... Müsste es reichen. I hope. Äh... Komm ich da hin? Komm ich da hin? Komm ich da hin? Dann... Natürlich... Nein. Nicht. Okay, sterben. Plupp. Kann doch gar nicht so... Jetzt renne ich schon wieder los ohne die Kiste. So. Das muss ja jetzt wohl zu schaffen sein. Ich glaube, Rätsel sind nicht so meine Stärke. Auch wenn... Ich... Damals viele Point-and-Click-Spiele gespielt habe. Wie Day of the Tentacle oder... Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ich meine, die Rätsel sind ja nicht... So, jetzt muss ich nur warten, dass es mittig bleibt. Und... Ah! Ja, 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 ja! Nein. Oder auch nicht. Also, es muss so schon irgendwie klappen. Also, ich... Aber ich würde persönlich sagen, wenn ich da zu oft dann draufgehe jetzt... Mache ich dann eine Aufnahmepause. Also, end... Sollte ich es danach doch noch schaffen, dann mache ich natürlich danach eine Aufnahmepause. Also... Je nachdem, ich mache dann auf jeden Fall eine Aufnahmepause. So, jetzt schau ich. Das müsste auf jeden Fall gerade hoch dann gehen. Also, theoretisch, wenn ich hier... Klack mache. Und da... Hoch. Nee. Ach, komm. Ich habe mich noch nie von da oben killen lassen. Also, komm. Und jetzt einen richtig schönen Kopfsprung. Jetzt komm. Hopp. Hopp. Wie langweilig war denn das? So, einmal probiere ich es noch. Und ansonsten mache ich halt einfach einen kleinen Break. Ja, okay. Da links... Kriege ich den nicht durch. Nee, der geht da nie und nimmer durch. Ach, weil... Nee, das kann nicht klappen. Nee, nee, nee. Das Loch ist viel zu klein. So. Also, letzter Versuch. In der Aufnahmesession. So, und jetzt komm. Nee, der nimmt den nämlich viel zu langsam. Und nee. 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 Ja, dann würde ich sagen... Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Break. Und beim nächsten Mal kriegen wir es so oder so hin. Ein Pro... Hoppala. Ein Versuch meiner. Jetzt probiere ich das mal, was ich gerade dachte. Weil da ist nämlich so eine Öffnung. Einfach just for shits and giggles. Das probiere ich jetzt einfach mal. Auch wenn es eh nie und nimmer klappen kann. Ich meine, das kann nicht klappen. Weil erstens mal... Okay, die Leiter kann ich... Wieso kann ich jetzt auf einmal die Leiter rauf? Ich meine... Es kann nie und nimmer klappen. Siehste? Ach, lol. Oh, heute hocke ich echt auf dem Schlauch. Okay, das machen wir jetzt noch. Ich hab nämlich nicht gewusst, dass man oben die Öffnung größer machen kann. Dass man einfach das Teil da weg schieben kann. Ja, dann ist es schon einfach. Also einfach hier lassen. Das da oben größer machen. Klar, dann klappt es schon. Oh my god. Im Endeffekt muss ich dann nur noch dann... Ich weiß nicht, ob ich da... Nur mal schauen, ob ich schon überhaupt... Nee, ich bin nicht schnell genug, dass ich da hinkomme. Aber ich bin schnell genug, dass ich dann da traue. Du bleibst offen. Ja, das klappt. Das klappt. Und schon geht's weiter nach ungefähr, keine Ahnung, fünf Versuchen, wo ich schon pausieren wollte, was ich danach auch machen werde. So. Haben wir die Hürde geschafft. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich... Ah, okay. Das Wasser steigt ja noch näher, äh... Ja, noch näher, noch höher. Aber es müsste dann, glaube ich, bald Endstation sein vom Wasser. Ah. Muss ich dann links an dem Rohr hoch? Ich vermute mal. Ich hoffe mal, das wird jetzt keine Folge lang... ...nur das hier sein. So, nochmal Leiter hoch. Das hier auf. Und wieder... Jetzt komm, machen wir einen Sprung. Wasser marsch. Und wieder hoch. Aber ich glaube... Ich muss dann links an dem Rohr hoch. Und, und, und... So, Leiter hoch. Also sieht man mal stark danach... Also ich hoffe's mal. Da. Ja, ich seh schon, das geht nicht weit hoch. Und dann sinkt das nämlich, das... ...die Kiste. Okay. Okay, dann war das nicht. Dann muss ich schon rechts hoch. Okay, alles klar. Aber das mach ich dann in der nächsten Aufnahme. Dann geht der Fail-Marathon weiter. Ja, dann sieht man sich in der nächsten Aufnahme wieder. So, und da bin ich auch wieder. Machen wir gleich mal weiter... ...mit dem eigentlich ziemlich einfachen Rätsel. So, die Kiste muss dahin. Weil das hab ich ja schon in der letzten Aufnahme-Session gemacht. Der Fail-Marathon. So. Lass mal das genau dann runter... ...dann das ganz... ...das ganze Wasser rein... ...das ganze Wasser reinlassen. So. Ich mein, das ging ja noch alles gut. So, noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Und... Ja, okay, ich will noch nicht springen. Da komm ich... Ich komm bestimmt jetzt ran, aber... So. So, dann jetzt die andere Kiste holen. Und ich muss ja dann da hoch springen, bevor die runter sinkt. Dann komm ich nämlich da oben weiter. Nein, nein, das soll nicht kippen, das soll nicht kippen. Ungefähr... ...right about... ...now. Jawoll. So. Und... ...wieder ein Rätsel geschafft. Juhu. Ich glaub ich's... ...renne ich gerade in die falsche Richtung. Muss, glaub ich, erst runter. Okay, das war jetzt... ...na? Okay, das war jetzt... ...scheiße. Weiß gar nicht. Warte mal, ich geh mal kurz das Ganze runter. Nur mal kurz schauen. Okay. Okay. Okay, also irgendwas steigt da hoch. Ach, ja, ja. Und der geht wahrscheinlich dann rechts hoch, denk ich mal. Ja. Ich weiß, muss ich den dann nach rechts befördern, oder? Äh, nee. Wupp. Weil der bleibt ja da dann oben... ...dran. Wupp. Das ist bestimmt wieder ein primitiv einfaches Rätsel. Äh, ab und an bin ich echt blöd. Ähm... ...schaff ich das noch? Äh... ...nä... ...nä... ...ja, gerade... ...nicht. Aber ich weiß schon, was ich machen muss. Also... ...ich hätte das Spiel vielleicht nicht gleich Blind Let's Playen sollen. Aber naja, ist ja wurscht. So, komm, mach... ...pupp. Mach. Pupp. Äh, nein, nein, nein. Hm. Ja, oder so. So, jetzt aber. Jetzt sollte er normalerweise... ... ...ja. Ja. Genau. Hochsteigen. Komm ich da schon? Komm ich da schon? Ja, ich komm da. Ach. Kommt bestimmt wieder wieder so ein Parasitenviech oder sowas, wenn ich das schon sehe. Ach, komm, da geh ich jetzt drauf, wenn ich den drücke, oder? Ah, okay, 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 okay. So, das Wasser ist doch hochgelassen. Äh, komm ich da überhaupt so weit? Ja, ich komm sogar so weit. Der Sprung war jetzt vielleicht nur ein... Jetzt pass mal auf, wenn ich den... Aha. Aha.